Kommt aus Glocknitz! Herzlichen Glückwunsch! Der Einzelne ist der Grüße! So, noch eine Bitte an die Mannschaften und auch ein Hinweis an die Eltern. Alle Mannschaftsmitglieder, gehen bitte vor die Sparkassen Hüpfburg für ein Gemeinschaftsfoto. Ja, jetzt direkt für ein Gemeinschaftsfoto vor die Sparkassen Hüpfburg. Schöne Aufnahme für unsere Zeitung, für unsere Homepage. Vielen Dank nochmal! Herzlichen Glückwunsch!